Deine Einrichtung ist eine Reflexion deiner Persönlichkeit. Ich kann dir helfen, deinen Stil zu finden. Licht ist einer der wichtigsten Komponenten, um einen Raum zu gestalten. Licht kann Wärme oder Kälte ausstrahlen, einen Raum kleiner oder größer machen. Licht macht den Raum lebendig. Ein Leben ohne Farbe ist wie ein Leben ohne Liebe. Welche Farbe erzeugt welche Emotionen? Lass dich von der Natur inspirieren. Schau dir Blumen an und erkenne, welche Stimmung ihr Farbspiel in dir auslöst. Dann erst entscheide dich für deine Lieblingsfarbe. Lerne, deine Dekoration proportional richtig zu gestalten. Was hat welche Wirkung? Was möchtest du in den Vordergrund stellen? Lass dich von den großen Meistern der Ästhetik beeinflussen. Kunstbücher sind eine wunderbare Inspiration. Wähle hochwertige Materialien, stelle ein Moodboard zusammen. Lerne, wie du deine Präsentation vorbringst, um einen Kunden zu überzeugen oder die Idee für dein Zuhause bildlich darzustellen. Werde jetzt Teil meiner Akademie und werde Interior Decorating Profi. Ich bin Nina Safi, dein Interior Coach.